Oh Gott, M-Tick. Ich mag keine Flasche Schnaps und vielleicht rede ich. Das ist der Altkies, ich mag hier. Mein Großvater diente dem reichsten Bürger der Stadt. Geh weg, hier dürfen nur Händler durch. Wir müssen jetzt meine Flasche Schnaps besorgen. Es ist doch... Klar, hier haben wir noch Shadow getroffen. Ist das die Stadt? Klar, ist doch Figaro, ne? Figaro Süd, die jetzt unter imperialem Besitz ist. Du bist doch Lock, dieser Dieb, oder? Hey, nenn mich Schatzseger oder ich reiß dir die Ohren ab. Okay. Warte, Schätze. Seine Körner gestohlen. Also los. Die sind ein wenig klein, aber der Preis war fein. Oh. Oder wir machen so. Oh nein. Puh, was ist das denn? Da wir jetzt ein Händler sind... Könnten wir eigentlich den Geheimgang unten nutzen, oder? Oh Gott. Imperialer. Danke, ich kaufe nichts. Bitte. Ihr seid Händler, dann geht weiter. ist da noch was oh Gott helfe überall imperiale stummtruppler oh ein grüner stummtruppler hopp du Idiot oh shit kann man den auch still da wurde aber auch nicht rein wir sind an der Kleine gestohlen also los wir sind ein wenig zu groß aber es geht so ich bin jetzt imperialer Kifka, dieser Clown, wird ein Aschebeld eingenommen haben Greden als imperialer auch Vergünstigung scheint mir nicht so wieso habe ich eigentlich nichts ausgerüstet verdammte Axt verdammte Scheiße hier ein Schild kaufen wir doch eins für unseren guten Freund und einen Kunkfreundzug kaufen wir direkt auch ja ein Rumpf so sieht es schon mal gut aus Halt lässt mich nicht durch der Arsch eine kleine Einheit kommt Richtung Nasche in Wald werden wir hier sagen ok auch Ablösung wunderbar ich gehe danke du Idiot zurück auf den Posten ist ja gut ja beruhig dich doch überall hier imperialer so hier war doch der Typ der Schnaps ne steht ich ja die Pär weiß ich war das gut Großvater das Schnaps zu halten ja seht ihr sag ja früh oder später muss man das machen so jetzt gehen wir zu Großvater Großvater so wo war denn das noch ne das war so ein kleines Häuschen danke was Geheimgang also da gibt es einen zum Haus des reichsten meines die Treppe runter und mein Enkel das Kennwort ups ich hab's vergessen was achso vielleicht ist das das Kennwort ups ich hab's vergessen hm 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 viele Entscheide oh no Ja, es war so semi-optimal. Will ich mal fast behaupten. What the fuck? Das ist Mut. Hä? Aber warum soll ich das wissen? Kann man das irgendwoher ableiten oder so? Hm. Okay. Wahrscheinlich einfach nur eine Logik, ne? Mut ist ja eigentlich... Naja. Egal. Egal. Okay. Die Möller-Truppenhausen hier drin. Ihr Hauptquartier. Oh. Okay. Vielen Dank.